Ja, nun haben sie natürlich wieder alle mitgekriegt in der Verbindung. Ich zerpflügt das hier auch nicht. Meine Sache. Ist egal. Sie ist jetzt unten in der Küche, zaubert uns ein Frühstück. Ich werde gleich unter die Dusche springen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Morgen und macht das Beste draus. Und ihr wisst doch, ihr müsst mich so nehmen, wie ich bin. Eigentlich war ich nie anders. Und ihr wisst, was ich wollte, habe ich nur selten. Und wenn es um Frauen geht, ist es eine schwierige Sache bei mir. Sehr schwierig. Die Anziehungskraft und die Sexualität sind eins. Liebe ist das andere. Und das ist leider nicht immer von Anfang an gegeben. Ich bin im Moment nicht in der Lage dazu, verliebt zu sein. Ich weiß nicht warum. Ich bin in der Lage.